Der Verein Volks- und Schlagermusikfreunde lässt auf. Ein Tagesausflug auf die Klevenalp am Samstag, 16. September 2017. Mit der Klevenalp-Bahn fahren die Vereinsmitglieder für nur 10 statt 39 Franken hoch und wieder runter. Im Hotel Klevenstock gibt es dann viel Musik und Unterhaltung. Jetzt den Platz reservieren. Musik24 produziert eine Fernsehsendung. Mit dabei Oisi Moni. Dann natürlich die Rabbits. Der Superhorn Balti Sigrist mit dem Alphorn. Dann der Thomas Tilago. Natürlich auch der Ries Hauri. Bei früher war das Flettisch-Birstchen. Das Duo der Top-Hits. Und das beliebte Duo Mirendos. Reservation jetzt unter Telefonnummer 062 797 87 58. Treffpunkt ist am Morgen am 11. bei der Talstation der Klevenalp-Bahn in Beckerried. Ab ca. halb 6 Uhr geht es dann ab Klevenalp wieder nach Hause zu. Komm, geniess den Tag mit uns. Wir freuen uns auf dich. Na, ich hab dich so lieb. Ja, ich hab dich ja so lieb. Ja, ich hab dich ja so lieb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017